Nur noch 1 zu 2 in diesem Doppel, Aufschlag Anne Hölzer an der Seite von Delistica, Friedbergstein, 2. Liga und sie hatten zum Anfang so überhaupt keine Chance, dann haben sie Tobias Glück am Köln-Spielmann, dann haben sie doch noch einen Satz genommen und hier steht es 3-4. Vielen Dank.